Wir kommen ja von Hause aus, sind wir ja Sensorhersteller, haben uns zwar entwickelt in andere Richtungen mittlerweile. Meiner Meinung nach ist es nicht der Sensor an sich oder die Sensoren, die die Infrastruktur verändern, sondern das ist die intelligente Verknüpfung von Sensoren, von Daten, von Software, um eben da den möglichst größten Nutzen eben zu finden. Für mich war der Tag heute sehr, sehr interessant, weil man doch sieht, dass eben aus verschiedensten Bereichen der Industrie, der Verbände, eigentlich das Thema ähnlich aufgefasst wird und dass eigentlich alle auch in die gleiche Richtung denken. Das haben wir heute festgestellt, was ich auch sehr interessant finde und das begrüße ich auch. Und deswegen macht so ein Termin auch immer wieder Sinn, dass man eben auch Input von anderen Regionen bekommt.